Da müssen sie halt einspielen. Ja, mal schauen, ne? Wenn der Scheiße jetzt halt die ganze Zeit läuft, dann muss ja dann natürlich irgendwann mal ein nasser Fleck hier fallen. Guck mal, überlegt, ob der Hansa mal ein gutes Spiel macht. Die gewinnen ja jetzt schon. Ist so, ne? Und die spielen nicht mal gut. Ey! Jury! Was soll er da machen? Schönen guten Tag, Jérôme. Also was hast du auch beim Spiel gegen die zweite Vollaus gesehen? Also er ist da vorne so der... Immer rot! Was für rot! Und... ...drei, vier Monate verhandelt oder so? Und dann hieß es, er kommt. Dann hieß es, nee, er kommt doch noch. Boah, ist das schlau. Ach, nee, nee, nee. Ja. Ja. Für einen neuen Richter reichen auch die anderen. Meine Frösche, Jürgen, ich kann euch den 100 Kilo von euch nehmen, wenn ich nicht kann. Oh Gott! Warte! Schön! Er sitzt! Spiel ohne Probleme gefunden. Komm! 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 Jetzt aber! Komm! 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 Nichts! Halt! Boah! Ja, a half! Sofort, stop! Halt! 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 Sofort! Halt! Halt! Hupen! 1. 3. 5. 6. 5. 6. 7. 7. 7. 10. 7. Applaus 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 Spieler, die eigentlich schon Karriereende vor fünf Jahren hatten. Jetzt haben Sie Platz! Sie haben schon weiß, die Loppen gewonnen haben. Sie aber, ja, war wohl lange Diskussionen. Für Milizierung. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vielen Dank.